Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video von Rainbow Six Siege. Heute ist der liebe Max dabei, aber nur zum Mitreden, da sein Spiel immer noch nicht installiert ist. Nur weiter installieren muss, dies, das, ne? Ja. Ja. Das sagt der so einfach. Das soll der mal einfacher machen. So, I want to change this one. Wo ist das Knuddelbärchen? Da ist das Knuddelbärchen. Was steht da? Chris? Muss ich mal gucken. Pass aber farblich nicht komplett überein, aber es stimmt wenigstens ein bisschen. Ach man, die Dünnen, die laufen eigentlich immer ganz gut von den Kills her, ne? Ich bin immer noch nicht eingerankt in Rainbow, weil wie gesagt, ich spiele Solo. Also ich spiele eigentlich, wenn man den Max hat, weil ich finde, allein macht es nicht so Spaß zu ranken oder sowas. Weil das sind einfach die übelsten Shitmates, solange Rage quittest du nur. Nicht wirklich, aber ich meine, es macht halt einfach keinen Spaß mehr, hat man auf nichts ohne keinen Bock. Man ist schon ein bisschen wütend, dass der Gang versaut ist, nur weil du mit solchen Menschen Spielt hast. Und vielleicht nicht, dass man sich carryen lassen will, aber einfach sollte man wenigstens gescheite Leute haben und nicht... So was, so was, so was, so was. Wie steht ihr? Ihr versteht mich so und ihr seid meine Community, die muss mich ja verstehen. Sonst wäre es ja nicht meine Community. Wir sind dumme Menschen. Wir machen ihnen was, was keinen Sinn ergibt. Ich habe Lust, von hier hinten loszugehen. Ich weiß nicht, warum. Ich dachte mir so, oh, come, let's go. Let's go. Geht das echt nicht? Die Leute, die gehen ja echt taktisch vor unsere Mates. Das ist mir ein bisschen zu taktisch. Ich liebe es, diese Büsche. Ey, da ist ein Schild, habe ich echt gar nicht gemerkt, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich schätze, ich bin nochmal ganz kurz weg. Mach, was du willst. Mach, was du willst. Ich bin mal gemacht. Ich ruf, ich bin bin honesty. Natürlich. Ich bin verdammt. Ja. Ich bin analyziert. Ich bin crunch-free voiced. Die liegtепредimmt. Ich bin翻 releasesig aufcauseyszbar. Ich bin schon bei mir. Alles, ich bin, die mit der Schildern ultimate. isti Tod. Thema. Oh mein Gott, wo bin ich hier reingeraten? Ja, Leute kommen nicht mehr an. Nein, warte. Oh mein Gott. Oh, da hinten war der Legion. Oh mein Gott. Leute, es ist so... Es macht halt echt Spaß. Ich kann nichts anderes sagen. Ja, ich dachte, der Legion hat von der anderen Seite die Gummeln irgendwie geworfen. Aber ich dachte, wir müssen auch kommen. Wir kommen eh beide nicht mehr. Es wäre so gefühlt in fünf Sekunden. Naja, hätte der größte Flickshot des Lebens mit Headshot sein müssen. Aber es wäre möglich. Und ein Paket kommt heute nicht mehr an. Es ist ja schon da, bloß in der Paketstation. Oh, kann ich Apple-Zettel bekommen? Ich finde es auch noch Spaß. So... ... Das kann manchmal ein Backgame auch ganz nützlich sein, wenn die Hatsch nicht zu ist. Ich habe keine Hatsch, aber nicht mehr. Hallo, Brüchen, kommt mir zu mir. Brüchen, 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 woanders Brüchen, 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 Brüchen. Langweilig sein. Oh mein Gott, I'm so sorry. Aber hier war irgendwo was. Ich habe es auch gehört, oder ob es oben war, da könnte auch unten drunter gewesen sein. Ich bin die einzige mit drei Kills. Das zeige ich doch mein Team. Guckt euch das an. Die haben meine Drohne echt nicht. Die haben meine Drohne echt nicht. Oh Scheiße, Frosted ist mir gerade auch wieder aufgefallen. Oh Mensch. Oh mein Gott. Das will ich gar nicht sehen. Da ist doch ein klein... Sie wird jetzt sterben, wenn sie droppt. Ja. Hörst du, hast du schon richtig gehört, Fuse. Geh doch da einfach rein. Ja. Jetzt hock nach. Oh mein Gott. Links. Ja, du hast recht. Oh mein Gott. Rechtswobbing. Geh doch in die andere Richtung und dann plantel. Re-call. Oh mein Gott. Oh, ich sag schon Re-call. Oh mein Gott. Re-call. Da. Junge, wieso... Spricht grad so komme ich aus. Wenn ich es dann nicht aussprechen will, dann spreche ich es normal aus. Re-call. Danke. Re-call. So Re-call. Ich habe irgendwie so Re-call gesagt. Re-call. Re-call. Okay. Re-call. Perfekt. Das Re-call-Control. Oh mein Gott. What's wrong? What's wrong? What's wrong? Leute, ich bring mich ja umso schlecht wie das war. Das war das schlechteste Re-call-Control, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Schatz. Ich hatte hier grad jemanden, der hatte das schlechteste Re-call-Control. Auf der ganzen Erde mit der SMG-12. Schatz. Ich hatte den Treff. Wir gehst das mal im Leben gesehen. Das ist ja für mich. Also ist diese auch in meinem Leben. Ich hefte jetzt mal im Leben gesehen. Ich hefte das leben. Das ist das Leben sehen. Ich hefte das��. Ich hefte das Leben sehen. Also ist das Leben sehen. Ich hefte das Leben sehen. Ich hefte das Leben sehen. Leute, mein Team ist einfach nicht mehr zu retten. Schatz, mein Team ist nicht zu retten. Wir brauchen unbedingt dich. Ich muss unbedingt wieder mit dir spielen. Was, ne? Ich hab grad keine Zeit. Keine Lust. Du hast keine Zeit, mit mir zu spielen? Ja, wie immer, ne? Ja, aber du würdest schon spielen, oder? Sehr ehrlich. So, Leute, wir warten mal kurz hier. So, man. One call away I'm here and you saved the day Superman I've not been a man You're only one call away Let's take time to break Oh yeah, did I do Ich denke mir gerade selber irgendeinen Text aus, ne? Oh man, ich hätte nicht sorge, dass ich piepen sollen Da habe ich auch noch vereint Aber wenigstens habe ich nicht so ein weaker Control-Idea mit der SMG 12 Ja, das ist nicht perfekt, aber ich meine, wer kann denn auf die Punkte halten bei der SMG 11? Es ging dafür Ich habe halt nur vereimt nebendran Es war ja nicht Oh mein Gott Ja, Doc, schieß bitte Spiel mit deiner Pistol Spiel mit deiner, jetzt mit deiner scheiß Main Weapon Nein! Du tsch Mann, Bastan! So was macht man doch nicht Pistol, Pistol, Main Weapon So, da Ja, wohl da ist Ganz schlau auf allem da Ella spielen Ah ja, da kommt was Doc, Doc! Doc, du bist so schlecht, wenn du doch deine Main Weapon wenn du nicht spielen kannst Mann, Bastan! Hat eigentlich Das war klar Links gebreached Links 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 Left Left Angeh recht Abonniert rein Schill ической Angehörpert Во Abonniert Links. Ella, Ella, du bist mein Held. Execute, you are my hero. Ella heißt einfach Execute, Schatz. Oh nein. Wieso? Ja, das ist irgendein Randy. Was? Der kennt den bestimmt nicht mal. Ja, I know. Vielleicht kennt der den ja doch, wer weiß. Da muss er aber deutsch sein, also sonst werdet... Come on, come on, come on. Do you hear? Ich brauch mal ne richtige Ausrüstung. Doch kein Bronze-Scharme. Oh mein Gott, das ist deutsch. Third day. Superman in my life. Better matter. Come along with the room. Crawl away. Do you have to leave it? Are we here? Do you see? I have to leave it. I have to know how to stay. I think he is the same as he is texting. Oh my gosh. Love me, love me. Say that you love me. Fool me, fool me. How are you to me? Kiss me, kiss me. Say that you miss me. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh, hier kommt man. Das ist auf Englisch gestellt. That is perfect. Die gehen nicht normal in Twins hier rein. Die gehen vorne main alle rein. Sowas gibt's nicht. Oh mein Gott, ich werd so geilen scheißen, wenn die vorne reingehen. Die angreife. Die schliere. Die rufe. 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 Oh mein Quatsch. Der hat mich nicht gesehen, oder? Oh mein Quatsch. Oh mein Quatsch. Oh mein Quatsch. Oh. Das ist der Quickscope. Execute. Lauf mir nicht nach. Execute. Nicht meine Position. Ja, geh du vor. Hopp. Execute. Oh, anstelle doch mal an. Nein, ey. Das wird ein lauter wie jede Schwester, was war. Ey, Schatz, ich habe gerade den Quickscope meines Lebens gegeben, ne? Mit der SMG-11. Ich Quickscope rein und directly ein Headshot. Ich habe einfach No-Scope geschossen, dann ins Visier gegangen und es war einfach ein Headshot. Entweder No-Scope oder ich weiß nicht. Oh mein Gott. So low. Tja. Tadadada. Tadadada. Tadadam. Das kann nix. Also, es könnten auch Casual Player sein. Ich stehe auf 2,5 MMR. Interessant. Wie viele Ranks habe ich? Eins. Okay. Tadadada. 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 zu kommen. Gold muss man nicht unbedingt sein, aber Silber ist doch jetzt nicht der schwerste Watt, es gibt. I'm only one for a I'm only one I'm only one I'm only one I'm only one Superman Superman Da müsste clear sein, es könnte jemand links weil es bringt nichts zu kochen, aber okay I will save the day Sollte... Oh mein Gott, das ist gar nicht so einfach. Oh mein Gott, das ist gar nicht so einfach, das ist gar nicht so einfach, das ist gar nicht so einfach. Oh mein Gott, das ist gar nicht so einfach, das ist gar nicht so einfach, das ist gar nicht so einfach. Damit würde ich mich verabschieden vom heutigen Rainbow Video, wir sehen uns am Montag bei Rainbow wieder, bis dahin, ciao, 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 ciao.